Herzlich Willkommen zum Gemüse von Podcast und wie immer mit meinem guten alten Co-Host Tom Arte. Hallo Arti, Grüße rüber an dein Beet. Hier wächst und gedeiht alles prächtig. Genau, es ist ganz viel warm hier in unserem Haus, oder? Ja, aber du hast ja die Tür aufgemacht, also es zieht jetzt ein bisschen. Genau, kommt jetzt die Luft rein. Und nachdem wir beim letzten Mal versucht haben, die Leute fernzuhalten und damit eigentlich so wie zu den hiesigen Zuständen gelandet sind, wollen wir das Ganze jetzt mal auf Drogen spielen. Warte mal, ganz kurz zur Einordnung, was wir spielen. Es geht bei uns jetzt nochmal um das Spiel Destination Ybor. Das hast du jetzt vergessen zu sagen, aber gut, es wird für euch aus dem Titel wahrscheinlich. Das war dieses lustige Diskussionsspiel zur Erinnerung, wo man wählen konnte, was man für Migrationspolitiken einführt. Genau, und wir haben halt immer die rechten Politiken genommen und jetzt widmen wir uns mal den Linken, so als kleiner Nachtrag. Wir wollten ja mal schauen, was passiert, wenn man sich für die linken Standpunkte entscheidet, ob dann die Stobby viel anders wird. Also ich bin gespannt jetzt, also ob wir genauso wieder bei den Zuständen wie heute rauskommen. Ja, ich frage mich jetzt auch, ob das Spiel jetzt bewusst so einen Graubereich auch hier bei den linken Dingen aufmacht. Und ich denke, ich gehe mal von aus. Aber mal sehen, wie stark. Okay, also lass uns reingehen. Denkst du? Also ich würde sagen, das wird alles sehr rosig gezeichnet werden. Das ist jetzt so. Glaube ich auch. Also wahrscheinlich eher ja, aber ich denke nicht, dass es sich so einfach machen werden. Das ist jetzt meine Prognose. Na gut, mal gucken, wer gewinnt hier. Ich gehe mal rein, ne? Genau, okay. Wetten wir um ein Liter Dünger, oder? Einmal extra gießen. Genau, das war das Ereignis 1, ein Boot im Mittelmeer. Und dann gab es hier 1A, bringt sie, also kurz im Ereignis, es taucht dann so ein Flüchtlingsboot auf, was machen wir damit? So, und wir hätten uns damals entscheiden können für, bringt sie in einen europäischen Hafen und verteilt diejenigen, die Schutz benötigen, auf die EU-Länder. Das hatten wir auch schon besprochen in der ersten Folge. Das können wir jetzt hier kurz übergehen. Das haben wir halt damals nicht gewählt. So, genau. Und wenn man das nämlich wählen würde, würde man dann zu einer neuen Entscheidungssituation kommen. Also ein neues Thema müsste man entscheiden. Also das ist dann Situation 2. Und hier wäre wieder die, ich sag mal, die gute, die offene Entscheidung, wäre jetzt hier 2A. Und das können wir uns mal genauer anschauen. Ich lese mal vor, ja. Ja, bitte sehr. Mehr finanzielle Unterstützung und Hilfe für Länder, die Flüchtlinge aufnehmen. EU-Länder, die Asylbewerber aufnehmen, erhalten mehr EU-Mittel und Einfluss. Oh, und Einfluss ist interessant. Asylanten werden Ländern zugewiesen und können sich der EU-Ziel nicht immer selbst aussuchen. So, was denken denn unsere 3 Protagonisten? Ihr habt entschieden, dass einige EU-Länder die Zahl der Asylanten unter sich aufteilen werden. Ahmet ist glücklich. Ich werde in ein Land geschickt, über das ich nichts weiß. Deswegen werde ich es nicht zu meinen Cousins schaffen, die mir versprochen haben, zu helfen. Aber ich habe einen Flüchtlingsstatus bekommen. Okay. Femi ist... Sie können mich jeden Moment zurückschicken. Es ist sehr stressig. Aber ich hoffe, dass ich Arbeit finde und Geld nach Hause schicken kann. Und Jasmin ist freudig erregt. Die europäischen Länder arbeiten zusammen, um Migranten zu helfen. Ich hoffe, auch ich werde willkommen sein. Und die EU-Öffentlichkeit geht natürlich nach links. Es ist gut, dass Flüchtlinge Schutz finden. Aber was ist, wenn zu viele kommen und der Druck auf Schulen und Krankenhäuser zu groß wird? Da fehlt doch irgendwie die Gesellschaft. Aber gut. Ich finde die Karte hier ein bisschen eigenartig. Wieso? Naja, das ist halt wirklich so sehr rosig mal wieder alles. Also mehr finanzielle Unterstützung und Hilfe, wie viele Länder die Flüchtlinge aufnehmen. Und Asylsuchende werden Ländern zugewiesen und können sich ihr EU-Ziel nicht immer selbst aussuchen. Also das mag ja sein, wenn du so eine Verteilung hast. Aber ist es dann nicht so, dass die dann trotzdem einfach abhauen können? Also du wirst jetzt zum Beispiel nach Polen geschickt, dass du dann sagst, ich ziehe einfach weiter nach Deutschland. Ich meine, was soll denn passieren? Zumindest ist es aktuell so. Ich kann doch einfach irgendwo hin. Oder sehe ich das falsch? Was ich nicht verstehe. Ich dachte, du hättest das Rosigste ausgewählt. Also das Rosigste wäre doch, dass der Asylant so eine Karte von Europa bekommt und der kann dann so einen Doppel nehmen und sagen, da will ich hin. Ja, das ist hier tatsächlich schon das Rosigste. Also so weit aus dem Fenster tun sie sich nun nicht lehnen in dem Spiel. Das ist ja okay. Aber interessant finde ich mit dem Einfluss das tatsächlich. Ja. Also dass diese ganzen Außengrenzenländer der EU dann mehr an Einfluss gewinnen, obwohl sie halt die Sachen gar nicht eigentlich finanzieren. Mhm, EU-Länder, die Asylbewerber aufnehmen, erhalten mehr EU-Mittel und Einfluss. Ja, mit diesem Einfluss ist es wirklich komisch. Also was heißt denn hier Einfluss? Kriegen die dann mehr Stimmen in der EU? Also wie soll das ablaufen? Dieses Thema Einfluss. Wie ist das zu verstehen? Vor allem streng genommen ist ja dann Deutschland, wie soll ich sagen, der Top-Doc. Was meinst du? Ja, wer hat denn noch mehr aufgenommen als EU? Achso. Ja, na klar. Ja, also das Irre wäre, wir würden dann das meiste Geld bekommen einfach von uns selbst. Das Obama-Beam. Ja, mit der Medaille. Ja, genau, genau. Wir würden uns selbst die Medaille umbringen. So, und das führt auf jeden Fall zum Zukunftsszenario 5. Das ist jetzt hier, wenn wir zweimal links gewählt hätten. Akzeptanz, Integration und Spannungen in der EU. Ahmed ist sicher. Ja, okay, kurz und finde ich. Jasmin glaubt, dass Europa der richtige Ort für sie ist. Schade. Femi steckt mit seinem irregulären Status fest und versucht Geld zu verdienen, um es nach Hause zu schicken. Entschuldigung? Wie heißt das richtig? Illegalen. Achso, ah ja. Femi steckt mit seinem irregulären Status fest. Natürlich. Versucht Geld zu verdienen, um es nach Hause zu schicken. So, die EU-Öffentlichkeit wird offener. Die Asylsuchenden werden auf die Länder verteilt, sodass jedes Land eine überschaubare Zahl empfängt. Die EU investiert viel Geld, um ihnen bei der Integration zu helfen. Aber das braucht Zeit. Die EU steckt auch Geld in die Rückführung von Menschen, die kein Bleiberecht haben. Einige Mitgliedstaaten haben jedoch ihre Zusammenarbeit in Migrationsfragen eingestellt. Das führt zu Spannungen innerhalb des Blocks. Also ich habe das Gefühl, die beschreiben hier sehr so die aktuelle Situation, oder? Also ich finde es auch schön, wie sie so einen kleinen Witz hier einstreuen mit, die EU steckt auch Geld in die Rückführung von Menschen, die kein Bleiberecht haben. Ja eben, das ist so eine Art Traumbild, so wie sie sich die aktuelle Situation gerne zeichnen würden. Und dann aber am Ende der Verweis, naja, es gibt auch Länder, die da nicht so gut mitmachen hier. Wahrscheinlich die osteuropäischen, wie es der Ungarn, Polen und so. Du hast ja beim letzten Mal rausgearbeitet, es gibt ja noch diese osteuropäische Version dieses Spiels. Ja, ja. Da wird dann auf die Slotentroff eingegangen. Ja, müssen wir auch nicht. Ja, das reicht dann auch mit dem Spiel. So, das wäre jetzt auf jeden Fall das positive Szenario am Ende. Dann springen wir mal zu Karte 8, ja. Genau, das ist dann die nationale Ebene, da Arbeiter gesucht. Auch die Karte haben wir letztes Mal schon gesehen, die hätten wir wählen können. Erleichtert ist, ausländische Arbeitskräfte einzustellen. Und da würden wir dann zu Karte 9 kommen, wenn wir das machen. Entschuldigung. Ja. Genau. Oh Gott, das sind die Überschrift schon. Ja, genau. Ich lese trotzdem mal vor. 9a. Ihr investiert in Integration und akzeptiert Vielfalt. Helft Migranten, die Sprache zu lernen und sich an das Leben vor Ort zu gewöhnen. Ihre engsten Familienangehörigen können leicht nachziehen. Herkunftscenter der Migranten haben nicht genug Arbeitskräfte. Oh, das ist interessant. Wenn zu viele Menschen nach Europa gehen. Oh. Was ist hier los? Richtiger Punkt. Richtige linke Tics hier. Ist schlimm. So, wie wirkt sich das aus? Ahmed sagt, Ausländer können hier ein neues Leben beginnen. So wie ich. Ich bin auch dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, in absehbarer Zeit in meine Heimat zurückzukehren. Ach, genau das ist Problem. Scheiß Glücksritter halt, ja. Genau das ist Problem an der Stelle. So, Femi ist, für mich macht das kaum einen Unterschied. Zu diesen Integrationskursen können nur Menschen mit gültigen Dokumenten gehen. Mhm. Okay. Ja, das ist nicht unser Problem. Und Jasmin ist auch so ein bisschen angefressen. Ich mag dieses Land. Aber ich vermisse meine Familie. Im Moment ist mein Gehalt noch zu niedrig. Aber ich hoffe, dass sie bald zu mir kommen können. Das ist doch unabhängig vom Gehalt, aber egal. Das ist hier schon wieder so dämlich. Also die investiert in Integration und akzeptiert Vielfalt, war jetzt das Ereignis, was wir gewählt haben. Was hat denn das jetzt hier mit dem Gehalt zu tun? Ja, nichts. Nichts. Vor allem, ich vermisse meine Familie. Die Familie, das steht ja sogar drauf, ihre engsten Familienangehörigen können leicht nachziehen. Also auch da, also ich hätte jetzt hier ein Positiv erwartet. Ja. Also so, mein Gehalt ist zwar niedrig, aber wenn ich zwei Jahre warte, dann sind sie automatisch bei mir. Das wäre so die realistischere, ne? So. Und die EU-Öffentlichkeit geht weiter nach links. Unser Land braucht ausländische Arbeitskräfte. Oh Gott, das ist ja wirklich so ein CDU-Tick. Wenn sie die Gesetze einhalten, sollen sie bleiben dürfen. Boah, das ist wirklich schlecht. Hey, sie sind zwar illegal reingekommen, aber wenn sie die Gesetze einhalten. Ja, genau, genau. Da ist wieder das Ding aus Illegalität, Legalität machen. So, und dann kommen wir zum Zukunftsszenario 12. Teilweise offene Türen und Braindrain. Achmed fängt an, sich zu... Ja, ja, interessant. Achmed fängt an, sich zu Hause zu fühlen. Jasmin versucht, sich anzupassen, aber sie vermisst ihre Familie. Fimi ist es leid, so hart zu arbeiten und ohne Papiere zu leben. Arbeitet der wirklich hart? Arbeitet er wirklich? Arbeitet der überhaupt? Ja. Okay. Die EU-Öffentlichkeit wird offener. Ausländische Arbeitnehmer können legal einreisen und arbeiten. Sie erhalten Unterstützung dabei, anzukommen und die Sprache zu erlernen. Es dauert einige Zeit, aber letztlich wird ihre Berufserfahrung aus dem Heimatland anerkannt und ihre Familienangehörigen können ohne Schwierigkeiten nachziehen. Einige Herkunftsländer sind jedoch mit dem Problem konfrontiert, dass viele gebildete Menschen nach Europa abwandern. Ja, das hatte uns ja auch bei der vorigen Karte überrascht. Das ist ja tatsächlich ein wichtiger und richtiger Punkt, den die hier aufmachen. Finde ich super gut. Und, also, dass sie das auch mal beleuchten, wie es den Ländern geht, von denen wir die ganzen Arbeitskräfte abziehen. Weil dadurch kann es dort ja auch nicht besser werden, wenn jetzt die ganzen Raketenwissenschaftler aus Syrien kommen. Da können ja dort keine Raketen mehr gebaut werden. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt auch gar nicht so zynisch übertreiben. Aber, ja, wenn die etwas nicht analfabetisierten Leute herkommen, dann geht dort alles den Bach runter, was dann dazu führt, dass noch mehr Leute herkommen. Weil da unten alles ... Ja, klar, das ist völlig okay. Ist okay, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, zum Beispiel Ärzte. Ich meine, klar gibt es auch einen Süden, Ärzte. Ja, wenn die kommen, ich meine, die werden auch dort gefragt. Also, ich finde es interessant, dass das Spiel das so benennt, tatsächlich. Weil das ist ja nur wirklich, ja, was man halt auch schon sieht. Also, was halt auch so meine Oma immer schon gesagt hat, die sollen ihr Land da unten wieder aufbauen, weil die Leute da fehlen. Ja. Ja, das Spiel gewinnt hier wieder ein paar positive Punkte bei mir. Also, ich finde es halt interessant, dass sie sich das trauen zu schreiben. Tatsächlich. Also, die müssen sich der Saria trotzdem so sicher sein, dass sie sagen, ja, ist doch egal. Ja, es gibt ja trotzdem, es gibt ja keinen, wie soll ich sagen, keinen Shitstorm oder so. Niemanden, der da jetzt sagt, ah, dass sie das mit dem Braindang geschrieben haben, deswegen bin ich jetzt gegen Migration. Also, die sind sich bewusst, dass es trotzdem so weitergehen wird, wie bisher, selbst wenn sie hier Negativ-Argumente anbringen. Und gleichzeitig können sie sich auf die Schulter klopfen. Naja, wir haben ja alle Seiten beleuchtet. Ah, stimmt, stimmt. Ja, wir waren ja ausgewogen, ne? Genau, wir waren ja ausgewogen in dem Spiel. Klar, wir haben das die ganze Zeit übelst geframed, was hier abgeht mit den Migranten und wie sie fühlen und pipapo. Aber, ja, wir haben alle Seiten beleuchtet. Selbst bei den positiven Ereignissen ist nicht alles gut. Wobei man sagen muss, sie sind ja nicht ausgewogen, weil ja der Satz, den du schon gesagt hast, der fehlt ja noch, ne? Also, in den Herkunftsländern fehlen die Arbeitskräfte und deswegen wird es das noch beschissener, sodass die Leute noch mehr Anreiz haben, herzukommen. Also, die Weiterführung dieses Gedankens, das fehlt halt, ne? Wobei, das kommt für mich hier oben bei dem Achmed schon ein bisschen raus, also dieses, wie soll ich sagen, dieses Verstetigen von der Migration, dass der Achmed sagt ja, Ausländer können hier ein neues Leben beginnen, ich kann mir nicht vorstellen, in absehbarer Zeit meine Heimat zurückzugehen. Naja, aber dass seine minderbemittelnden Cousins, um es jetzt mal böse auszudrücken, dann sich auch auf den Weg machen, weil da unten alles beschissener wird und kein... Ja, das werden die machen, ist klar. Also, die Sogwirkung sozusagen, die fehlt hier. Aber vielleicht kommt das ja gleich noch, mal gucken. Genau, naja, jetzt sind wir dann ja schon bei der städtischen Ebene, die jetzt kommt. Jetzt sehen wir, wie da Basketball- und Fußballbilder haben. Genau, genau. Ach, tatsächlich. Naja, sicher, sicher, sicher. So, genau, also da gab es hier das Ereignis 15 und da konnten wir starten, ein neues Integrationsprogramm, hatten wir, wie gesagt, letztes Mal besprochen. Und dann gibt es Karte 16a, das wäre jetzt die Möglichkeit, hilft Migranten Arbeit zu finden. Lokale Unternehmen erhalten eine Förderung für die Ausbildung und Einstellung von Migranten. Einige Menschen sind gegen die Finanzierung spezieller Programme für Migranten. Also eine Quote. Eine Migrantenquote. Eine Migrantenquote, die subventioniert wird vom Staat, genau. So, und wenn wir das machen würden, würde sich Achmed freuen. Ich habe eine Stelle in einem lokalen Supermarkt bekommen. Es ist nicht das, was ich wollte, aber besser als von Sozialhilfe zu lügen. Kann schon gut lügen, ne? Ja, also, ja, finde ich jetzt auch kritisch irgendwie. Ja, so, Femi ist mal wieder sauer. Die Stadt fördert die Anstellung von Migranten, aber nur mit gültigen Papieren. Ich habe Angst, dass ich meinen Job verliere. Ach, Femi. Aber er hat einen Job, ne? Also er hat den ja irgendwie bekommen. Ja, ja, Femi ist halt der Schwarzarbeiter, so. Und Jasmin, ich bin froh zu sehen, dass mehr Migranten in meiner Gegend arbeiten. Vielleicht könnte mein Mann auch Arbeit finden, wenn er zu mir kommt. Wie, der ist immer noch nicht da? Verstehe ich nicht. Ja, komisch, komisch, komisch. Und die EU-Öffentlichkeit rückt nach links natürlich. Mehr Migranten finden Arbeit in lokalen Unternehmen. Das ist gut, aber erhalten eine heimische Arbeitslose das gleiche Ausmaß an Unterstützung? Auch hier machen sie halt wieder so die Frage zum Diskutieren. Also kurze Antworten, nein. Nein, ja, also so eine Quote im Arbeitsmarkt, also generell lehnen wir beide ja Quoten natürlich ab, richtig? Ja. Also ja, vor allem Quoten für Migranten gibt es. Ah, das gibt es aber schon in Berlin zum Beispiel, kann das sein? Ich glaube, bei der Polizei oder so, war das nicht sogar so? Also es gibt auf jeden Fall Frauenquoten. Ja, ja. Was halt wieder spannend ist in dem heutigen Kontext mit, naja, was ist eine Frau, ne? Aber anderes Thema. Ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel Tagesspiegel vom 15.01.2021. Erster Vorstoß deutschlandweit. Berlin plant eine Migrantenquote von 35% für die Verwaltung. Ich dachte, das wäre dieses Jahr irgendwie beschlossen oder wird es noch beschlossen? Oder ist das jetzt durch den CDU-Hartliner weg? Das weiß ich nicht. Also ich finde hier leider nur, ich finde hier nur diese, die Artikel von wegen wurde, also wurde beschlossen, dass es kommen soll. Also Berlin plant eine Migrantenquote, heißt sie, weil vielleicht ist das schon wieder auf dem Tisch, keine Ahnung. Also CDU-Hartliner, ein Gänsefüßchen natürlich, ne? Aber, ja. Der hat sich durchgesetzt, ist jetzt nur die Migrantenquote von 30% statt 34%. Der harte Hund. Der harte Hund, der harte Hund, ja. Oh je. Ja, es ist halt, diese Karte, das hat glaube ich Shati mal schon schön gesagt, wenn du den Migranten noch immer an die Hand nimmst, dann fühlt er sich irgendwann, ja, er fühlt sich halt beschissen, dass er immer an die Hand genommen werden muss. Sorry, ich war jetzt kurz, ich hatte ein Discord-Problem. Ja, ich sage jetzt einfach mal ja, auch wenn ich den Satz nicht ganz... Sehr gut, sehr gut. So, so muss das, ja. So muss das, ich kenne dir auch nicht zu. Aber ich bin nicht davon. So. Also ich denke, dass dieser Ansatz halt auch irgendwann ins Gegenteil umschlägt, ne? Wenn du die Leute halt so bemutterst, permanent, das geht halt auch nicht gut. Dann sind sie auch in ihrem Stolz verletzt, was ich sehr gut nachvollziehen kann. So, und was ist jetzt das Zukunftslage? Ist das jetzt das große Finale? Mal schauen. Ja, lest du mal. Sprache, Arbeit und bessere Beziehungen. Ahmet ist froh, einen Job gefunden zu haben. Jasmin malt sich eine Zukunft für ihre Familie in eurer Stadt aus. Femi versucht, sich anzupassen, ist aber besorgt, seinen Job zu verlieren. Er macht dir keine Sorgen, kriegt Sozialhilfe, alles cool. Genau. Die EU-Öffentlichkeit wird nochmals offener. Die sind jetzt wirklich ganz links in unserem Chip. Also das Arschloch... Schon über den Rand wahrscheinlich. Das Arschloch ist ja geweitet. Entschuldigung. Die Stadt hat durch Kurse und Beschäftigungsförderung in die Integration investiert. Es ist nicht immer möglich, Arbeitsplätze mit den Qualifikationen und Fähigkeiten der Migranten abzugleichen und ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Viele Einheimische schätzen die Bemühungen der Migranten, die Sprache zu lernen und Arbeit zu finden. Die Beziehungen verbessern sich. Oh. Okay, krass. Hier ist ja wirklich... Also hier ist jetzt nur... Hatte ich hier etwa recht? Also hier ist... Das ist ja wirklich so ein Ding. Super, super rosig. Hast recht. Entschuldige, dass ich so rumschniefe, aber... Ja. Das einzig Negative ist ja sinngemäß... Wir waren noch nicht gut genug. Wir sind noch nicht, wie soll ich sagen, ansprechend auf sie drauf zugegangen. Wir hätten die Qualifikationen, die Voraussetzungen für den Arbeitsplatz hätten wir anpassen müssen. Ja, genau. Ja, das ist auch so dem... Wir waren wieder dran schuld. Genau, wir waren dran schuld, weil wir müssen... Ja, wir müssen da noch ein bisschen offener werden, also... Sonst entgeht uns der ihr Potenzial. Also... Ich bin hier auch wieder vorsichtig. Also dieses Ding, Potenzial von den Migranten, also... Sind wir doch ehrlich, das Potenzial ist halt gering. Also... Da ist nicht viel auszuschöpfen. Ja, und auch dieses Ausschöpfen ist halt auch wieder so ein... Es tut mir leid, wenn ich sage, ist wieder so ein Kapitalismus-Teg, ne? Ja, so ist es aber. Genau so ist es. Das ist halt das andere Wort für Ausbeuten, ja. Genau, hier geht es nur um Geld und Gewinnmaximierung. Um die Leute an sich geht es gar nicht. Es geht um ihre Arbeitskraft. Die wollen wir... Oder die wollen ja die Macher von uns spielen. Richtig. Also das war jetzt wirklich sehr, sehr, sehr rosig. Aber ich habe es auch nicht kommen sehen nach den ganzen Karten vorher. Nee, nee, komisch. Also auf städtischer Ebene geht es wahrscheinlich nur rosig zu, wenn man jetzt hier Integrationskurse macht und die Leute in die Arbeit bringt. Dann ist alles super. Aber auf nationaler Ebene. Ich muss nochmal zurückgehen. Ja. Also das sind die Entscheidungen, die wir getroffen haben. Achso, ja, wir gehen zu Karte 18. Ja. Willst du was sagen? Du bist gemutet. Ja, ich habe es verkackt. Hier steht ja zum Beispiel, dass Einheimen mit Arbeitslosen so ein bisschen unter den Tisch fallen. Also es ist nicht alles rosig. Genau. Und es wird hier bei Karte 16 steht, es wird viel Geld investiert und sowas, ne? Mhm. Und auf einmal ist dann, ja, alles schön. Ja, na klar. Also der Sprung ist riesig. Der Sprung ist komisch an der Stelle tatsächlich, ja. Also, ja, hier wird uns tatsächlich zum Finale, wenn du das Spiel beendest, wird dir so, wenn du mal wieder links gewählt hast, weiß gemacht, ja, es war richtig, alles cool. Happy End. Das ist das gute Ende hier. Das ist das gute Ende. Da gibt es ein Achievement für. Ihr müsst einfach nur ein bisschen die Sprache lernen und dann euren Mindestlohnschub haben und dann ist Deutschland gerettet. Jawohl. Yay. Puh, also der war jetzt echt, also den fand ich jetzt anstrengend, diesen Speedrunnel-Anführungsstreisen. Aber gut, haben wir das auch mal abgehackt für unsere drei linken Zuschauer, die haben wir Genau, genau. Man soll uns ja nicht nachsagen, wir wären hier einseitig unterwegs. Genau, das war ausgewogen, ne? Das war sehr ausgewogen. Und wie fühlt ihr euch jetzt so, nachdem ihr Syrien, ja, ausgebeutet habt mit euren Entscheidern? Also wir hätten das ja nicht gemacht, ne? Da bin ich ehrlich. Wir hätten die Leute mit 10.000 Euro zurückgeschickt, aber. Genau, bei uns hätte der Achmed nicht gesagt, ja, ich will jetzt dauerhaft hierbleiben. Und der Femi hätte seinen Angelschein bekommen, seinen deutschen Angelschein, und dann hätte er da am Mittelmeer fischen können. Genau, genau, so ist es. Der bringt ja dein richtiges Know-how mit. Ja, so. Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich ein bisschen besser gerade als ihr. Aber ihr könnt das ja in die Kommentare schreiben, wo wir da falsch abgebogen sind. Bei welcher Karte? Wo im Leben, ja? Warum tun wir uns das an? Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, Zeit fürs YouTube-Gebet. Amen. Amen. Und passend zu diesem Spiel machen wir jetzt fest zum Gewächshaus auf, indem wir die Tür schließen. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss.